Servus Leute, willkommen bei der Gerias Spiele-Mamot zum Retro-Freitag. Heute ist der Gameboy-Retro-Freitag, Gameboy-Retro-Freitag, der Gameboy-Retro-Freitag. Und der Jan L., das ist der hier, der Raven King, der hat sich nämlich immer was gewinnen. Ich krieg was, ich krieg was, ich hab noch nie was gewonnen, ich krieg was. Ich krieg was, ich krieg was. Und zwar kriegt der Motocross Maniacs für den Gameboy. Viel Spaß. ARD Text im Auftrag von Funk ULTRAG! ULTRA! Ah ja. Das Spiel hab ich früher als Kind bis zum Verrecken gespielt. Wahrscheinlich kann ich's aber nie. Ja aber, du musst spielen. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ach man muss Start drücken. Oh, Select Kurz, Ends. Select Level, A. Allahopp. Das war nix. Also du musst immer nach vorne drücken, dass er wieder grad wird. Und du brauchst den Turbo. Äh... Genau. Genau so. Und dann der Turbo. Genau. Ah! Mein Turboleicht ist voll... Menschlich, ne? Arschloch! Ja, das hab ich mal auf dem Turbo macht geholt. Scheiße! Da hab ich mir ein alter Gameboy vor. Und hab das zugeschickt gekriegt. Dann war's dabei! Einfach dabei! Einfach dabei! Ja, was weiß ich dir jetzt nicht reden! Wie weiß ich denn hier also? Möööööööööööööö, Taya-Jett. Taya! Geht ab, wie Sau! Cool, gell? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es ja als Kind schon gespielt gerade. Ich fand es damals schon geil. Erst noch auf dem Campingplatz mit meinen Eltern, wo man an der Sonne von Gameboy so gut wie nichts gesehen hat, wenn ich es mir extra in den Shutter und stelle in den sonnischen Dach... Du hast das aus Madness gemacht. Du hast das aus Madness gemacht. Du hast das aus Madness gemacht. Ja! Das war die Urlaub 94. Ja, ich muss das aus Madness. Ja, früher hatten wir noch Shaq Gameboy gespielt. Der ne Scheiß war für uns heute. So habe ich eigentlich zwei Männchen hinter mir. Das habe ich noch nicht so ganz gestimmt. Und das ist Ennis Nitro, R und T, keine Ahnung, was es ist mäßig. Das ist ein Rekord! Sehr gut! Ein Rekord! Also du musst auf Start drücken dann bei der Stageauswahl, sonst geht er wieder zurück. Äh... Ah, jetzt kommt 2A. The Raven King! Ah, echt cool dich! Ah, scheiße. Hättest du Nitro einsetzen? Ah, wischt. Ah, bist du nicht hingefallen, Mann? Nein. Setzt Nitro einsetze. Ja. Ja. Arschig. Ah, jetzt muss ich drehen müssen. Ja, ja. Hä? Doch! Uh! Okay, Moment. Moment! Ah, wie schlecht! Okay. So. Hahaha! Soll auf die Fresse! Ich muss grad wieder neu gucken. Ah, wie schlecht! Ah, ein Stäh! Ja? Noch hinten lehnen. Stimmt. So. So. Ah, du brauchst noch mehr. Was war das? Ne, du hättest noch einen Bus gekauft. Ah, ne, du möchtest jetzt gerade noch einen Neuküttel. So. Warum würdest du noch irgendwie einsetzen können? Kannst du ihn hier einsetzen? So. So. Deine Zeit ist fast gut. Was? Wie durchschnitt mich? Ja. Ah, ah! Das T ist Time! So. Ah, scheiße! Das war zu wendig. Nein! So. Ich auch noch mal nehmen müssen. Ja, du hättest schon direkt einsetzen müssen. Ah, fuck! Ah, kacke! Scheiße! Mein Turn! So. Mal gucken. Bitte, was? Schon vorbei. Da haben wir halt drei oder zwei. Was waren das? Ends B oder 2 A? 2 A war das, ne? Machen wir mal 3 A. Nein, nicht B, was soll. Ends B, oder? Ich nehme A, A, B, C ist die Schwierigkeit. A, A, B, C. Ich nehme an. Sweelcast Zeichen! Ja! No, 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 no! No, 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 no! Go! Wuh! Dotharan! Ah, kacke! Ich hab aber nur noch 3x Boost! Ich will's aber dann verschwenden! Ja, zu... zu wie ich vorhin! Doppeltream! Was war denn das? Egal, es hat funktioniert! Vorwärts, Alter! Zwiebelingwärts! Ah ne, ich hab gedacht, ich hab einen Doppelde! Ha, vorwärts! Doppelde! Dreckzack! Ah! Aber an der Klärrampf stürzt ich! So, die Schnee! Mir fällt gerade auf, dass ich heute am Retro Freitag Der eigentlich heute ein anderer Tag ist Aber egal, wir haben von uns ja Ich hab mal das Trilgar mitgenommen! Das kommt am Freitag raus! Ja! Deswegen ist es Retro Freitag! Heute ist es Retro Freitag! Heute ist der Rufname Retro Freitag! Genau, Freitag ist der Release Retro Freitag! Genau, und ich krüppel hier oben! Heute haben wir ein bisschen Leute können! Samstag! Ich würde bloß sagen, ich hab heute mal ein Trinnet! Oh Gott! Scheiße! Aber erkennst du was einiger Mal? Ja, ja! Es geht! Es geht! Geht schon, Mama! Drück Start! Drück A! It's a Record! 4 A! So! Was? Ah! Na, dann hätte ich direkt den Boost gefahren! Ah ja! Nochmal! So! Zwei Boosts selbst machen! Nein! Haуса! Noch hinten lehnen! BoOST! Nochmal! Ja, jetzt hast du keinen Boost mehr! Jetzt hast du gelitten! Ja! Ja, toll. Drücken muss start. Komm schon raus. Drücken muss select. Geh, gehn muss kurz selbst. Ob man's... Drücken, drücken? Ne. Leute, wir starten das Spiel kurz neu. Und das ist immer wieder. Monocross Madness, 4a. Ah, muss ich das nochmal. Soll ich's mal gucken? Nein. Okay. Ich tue jetzt einfach gepustet so schön. So. Hebe sie da auf, wie sie sich das sagen. Geier. Jetzt. Und da, ja. Jawohl. So. Jetzt kann's auch gehen. Ja, super. Ja, super. Nennst du doch... Ja. Ja, ich kippe da noch. Doch, das wäre kann... Ah, ja, ja. Lalalala. Aida. Boost. Ich war extra Zeit bei der Looping. Ja, was soll ich da machen? Äh, normal. Jetzt hast du es verkackt. Du musst boosten und dich dann noch hinlehnen. Ja, das war's, Morita. Wir resetten NoMo. So, wir sind wieder da. 4a. 4a. Also, wie man schon gemerkt hat, muss man genau gucken, wo man die Boosts einsetzt. Weil sonst kann das bedeuten, dass das Spiel gesettet werden muss. Jetzt zum Beispiel ist man an einer Stelle, wo man nur drei Boosts hat. Und wo man es wieder verkackt hat. Mit einem Snackstelle-Level, Leute. Und da sind wir wieder. Kurs 5a. Du meinst, ich... Ich will mal die Boosts sparen. Super. Einmal muss ich merken, wo du so Eissetzen musst und wo nicht. So. Kackt der Dreck. Ah, da hätt ich auch keine Eissetzen müssen. Okay, ich warte dann jetzt einfach. So nicht. Ach nee, ich hab geboost so durch den Trick. So, fahren wir durch den Dreck. So wärs gewesen. So, und schon haben wir abgekackt. Und schon wieder abgekackt. So schnell kann es gehen, Leute. Ich probier es noch einmal. Dann sehen wir mal weiter. So, das geht doch wieder. Das Kackspiel geht mal so auf den Sack. Eigentlich ist es echt scheiße. Als Kind hab ich das geschenkt gekriegt. Ich hab bis jetzt bloß das erste Dämmen gespielt und hab gedacht. Oh ja. So. 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 So.